Die Spitze der CDU will heute in Berlin über den Klimawandel, Mobilität und die Zukunft der deutschen Autoindustrie beraten. Hintergrund ist u.a. die seit Kurzem diskutierte CO2-Abgabe. Diese soll den Ausstoß von Treibhausgasen verteuern. Mit den Geldern sollen klimafreundliche Technologien gefördert werden. Aus der Unionsfraktion waren Forderungen laut geworden. Die Bürger dürften dabei nicht zusätzlich belastet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017